hallo und herzlich willkommen zurück zu forest in the deep dark deep dark deep deep forest forest deep dark keine ahnung ich hab's immer noch nicht ich sehe es aber auch nicht ich kann ja hier nicht aus dem spiel raus ich nehme halt am stück grad auf und ich komme nicht raus um es noch mal nachzulesen ich bin einfach so matschender birner und ja wir mussten jetzt feststellen regions mäßig wir könnten sogar hier rein wir könnten sogar hier rein willst du mich verarschen lief region ja ja jetzt so jetzt haben die region was are you sure you want to leave region region's progress will be lost you will you will return to campaign checkpoint okay das klingt dass das sieht schon vielversprechend ich glaube wir sollten uns am anfang doch ein bisschen bisschen umgucken wo vielleicht ein guter stoppunkt wäre jetzt muss man vier mal haben okay so der dürfte uns jetzt nicht wehtun das geht komplett weg noch es geht einfach komplett weg soll zwei monst mal kriegt noch eine truff ja mehr kann ich nicht machen wollen wir nehmen das mal noch und trinkt unterhaus so freunde ja die letzten zwei folgen waren eigentlich relativ erfolgreich weil wir leveln ja das ist mir so im nachhinein aufgefallen wir leveln ja dennoch und dadurch dass wir leveln wir haben wir ja nicht schwächer sondern einfach nur stärker sauber so heilung brauchen wir das kriegt er uns wieder nicht doch hat uns gekriegt gibt es aber nicht hier eigentlich mal hoch so bezahlen mal charge 1 ich habe keine ahnung da kriegen wir so sauer und tschüss mit dir und wir haben ein level ab freunde sehr sehr geil so jetzt haben wir hier kommen die wir uns auswählen können aber ich glaube charge heißt also mana ok armor ist klaus rüstung strike ist angriff das ist das gold jetzt könnten wir das sind doch die konnten die wir eigentlich haben oder jetzt dürften wir uns quasi aussuchen welche wir tauschen strike 5 wieviel mana kostenlos ich bin schon mit den konnten jetzt eigentlich sehr gut momentan zufrieden bei 15 10 hier ist auch nicht schlecht das ist nicht wieso kann man nicht mehr haben wir können nur acht konnten maximal mit 10 wir können nur maximal zehn konnten mit uns tragen ehrlich wieviel wieso können wir nicht was haben wir hier rio attack mass strike 4 2 2 1 trick armor plus 2 ok wenn ich die jetzt nehmen für ok ich weiß nicht ob ich das jetzt gemacht habe plus max 20 prozent hp restored ok ist ja durch das level ab was haben wir jetzt hier gekriegt armor plus drei ette beging of each turn experience in hand in the battle plus 15 nice 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 würde ich mal behaupten oder nice so heal 4 oder armor 6 kennt man hier mass strike 4 draw 1 das ist transmutation transmutation ok wie gesagt wir müssen jetzt auch erstmal gucken dass wir die karten alle so ein bisschen kennenlernen um dann überhaupt denn zu sagen ja wie ist das aufgebaut etc rein und her und ja ich lese jetzt auch gerade ich sollte mir auch vielleicht mal immer komplett alles durchlesen hier steht zum beispiel strike 3 for each card in hand discard all cards das heißt für jede karte die wir haben auf unserer hand noch haben machen wir drei schaden das heißt bei vier karten mal drei das hört sich richtig nice an so dich nehme ich mal mit hier weil das ist nämlich richtig geil bin ich auf jeden fall der meinung so jetzt haben wir hier reset a great opportunity to resort to health ok dann lass uns mal hier hochgehen ja das ist nämlich jetzt schon so drei und fünf sind 87 hammer äh so äh so ja kriegen uns nicht platt äh haha mass strike change heal nochmal gold Was ist das? Mass Strike. Okay, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Okay, krass. Ich habe keine Ahnung, was das war. Wir haben es einfach mal gemacht. So, jetzt muss man mal gucken hier. 10 Gold. Pay. Sie sehen, geil. Wieder einfach jetzt weggehen. Das ist gerade, ne? Das ist krass. So, jetzt haben wir drei Rüstungen. Der dürfte uns jetzt nichts abziehen. So, jetzt haben wir hier wieder vier Rüstung. Heilung. Oh, ja, ja. Du kriegst mich nicht Platz. So, jetzt zieht der uns drei ab. Da müssten wir immer noch vier haben. Auch in der nächsten Runde. Ne, wir haben nur drei. Okay, macht ja nichts. Ciao. Also, ciao nicht, aber. So, oh, was? You are mission. Äh, my mission. And I will completed. Ja, ja. Du bist meine Mission. Ich werde es beenden. Kennen wir schon. Alles klar. So, was haben wir hier? 10 Gold. Gold Pay. So, wir wollen ja auch weiter im Level steigen. Amor 30. Das brauchen wir eigentlich alles nicht. Können wir einen Turn machen. So, jetzt heilen wir uns. Weil wir eine gekriegt haben. Ne, da weg. So. 33 XP. 3 XP davon. Item Bonus 5. 15% XP. Okay, nice. Also, das zählt, wenn wir es im Inventar haben. Was kriegen wir jetzt hier? Marmalade. Hand Size at the start of the battle plus 1. Oh, wir haben, wenn wir starten, haben wir eine Karte mehr. Ja. So, was haben wir jetzt hier? Das Karten. Hier können wir neben dir. Das heißt, jetzt haben wir 12 Karten. Dich nehme ich immer noch mit. Weil dann haben wir nämlich für jeden Kampf. Ja, warte. Vollgeheilt müsste man sein. Also langsam begreife ich es ja doch, ne? Also hat schon zwei ganze Folgen gedauert. Er muss begriffen haben. Ja, das habe ich mit Absicht gemacht. Egal, was ich da für eine Karte hatte. Ja, ja. Zieht uns nicht mal was ab. Doch, hat... Alter, das gibt es doch gar nicht. So, Mass Strike. Ciao. So. Der hat jetzt vier Angriff. Okay, jetzt heilen wir uns erst mal. Kriegt da einer. Nur eins. Der zieht uns jetzt immer nur eins ab. Und da müssen wir jetzt ein bisschen gucken. So, wir könnten jetzt all in gehen. Aber das will ich nicht. Weil wir wollen ja noch ein paar Erfahrungen sammeln. So. Genau. So. Was war denn das jetzt? Alter, willst du mich rollen? Was hat der jetzt gemacht? Jetzt mal ohne Scheiß, ey. Ja, hier kommt. Krass Sache. Der hat mir doch eben übelst eine verpasst gehabt. Da wieder. Okay, nice. Also, äh, was heißt nice? Also, der hat schon irgendwie... So. Ich glaube, nach so und so vielen Runden hat der einen starken Angriff. Kann das sein? Ja, da oben steht so zwei. Siehst du? Ich dämel. Was soll ich denn jetzt mit dem Gold machen? Einfach eintauschen. Aber das war jetzt dumm von mir. Das war eigentlich richtig dumm von mir. So. Aber ich will halt so viele Karten wie möglich in so ein Battle machen, ne? Weil... Ach komm, tschüss. So. Da haben wir jetzt, hier kriegt 42 XP, 5 XP Bonus. 7 XP durch dieses... Wir müssen ja weiter im Level steigen. Was kriegen wir denn hier? Treasure Map. Cards, amount in the battle, reward plus 1. Okay, krass. Hört sich an. Oh, was haben wir hier? Strike 2, Circle Shots, 2 Strike. 10 to the shame, fool, must strike. Aha. Das ist eine Spezialkarte. Ja, das hört sich gut an. Aber ich glaube, hier mit mehr Angriffskarten... Aber hier 10 Amores, auch geil. Special Tactics. Das hört sich so nice an. Also, er macht Angriff 2, benutzt zusätzlich... Oh, hat 4, ne? Das ist... Ich glaube, mehr Angriff ist die beste Verteidigung, würde ich sagen. Danger Level 2. Hey? The longer I stay here, the more attention I get from the baron. My danger level is growing and my foes are becoming stronger. Well, then I will get more experience and gold. Ah, danger. Das heißt, das ist mein Gefährlichkeitslevel. Guck mal einer an. Wenn du jetzt so und so viele Kämpfe gewonnen hast, steigt dein Gefährlichkeitslevel. Das heißt, umso mehr Angst bekommen die wahrscheinlich. Und wir bekommen mehr Gold und mehr Erfahrung. Das hört sich doch schon mal sehr nice an, oder? So, ja, das können wir irgendwie noch mit hier reinschieben. Ich weiß noch nicht wie. So. Das haben wir auch. Es ist jetzt die Sache. Die Sache. Eigentlich müsste man was hier... Heal can always can sell you a couple of good cards. Strike 4. 58. Come on, come on. Ja, raar. Pay 35. Pick 2. Pay 35. Choose 2 Items. Come on. Ach, hier machen wir schon einen Schaden mehr. Aha. Na, guck mal einen an. Hier haben wir wieder eine Schatztruhe. Ganz ehrlich. Ach, wir kommen hier gar nicht zurück. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Das heißt, wir müssen uns jetzt hier unten lang arbeiten. Würde ich das doch einfach mal machen. Moin. So. Was haben wir denn jetzt? Der hat 6 und 5. Das heißt, 11. 11 Angriff haben die immer. So, Armour 2. So, 30 und 26. Läuft schon mal gut. Aber das Problem ist jetzt... Naja, die machen jetzt unheimlich Schaden. So. So, wir müssen gucken, dass wir ein bisschen was ausgleichen mit den Armour. Also, wir müssen uns Zeit lassen. Wir könnten jetzt 6 Armour kriegen. Da verliert immer kein Leben. Und schon mal versuchen, einen jetzt platt zu machen. Oh, ja, Heilung. Der heilt sich gleich. Pass auf. Oh, der hat mir gleich nochmal einen gegeben. Den haben sie doch irgendwie, hä? Scheiße. Das war jetzt nicht schlau. Jetzt... Ich vergesse immer aufs Armour zu... Äh, aufs... Auf... Auf Dings zu gucken. Wieso hat er sich vorher geheilt? Würdest du mich verarschen? Ehrlich jetzt? Okay, gib mal. Gott. Also, wir müssen den hier auf jeden Fall ganz schnell wegkriegen. Siehst du, der heilt sich gleich schon wieder. Das ist doch so ein Blödsinn. So, dann haben wir den doch schon mal weg. So, jetzt holen wir uns hier ein bisschen Armour. So, weil da dürfte er uns jetzt eigentlich nicht platt machen. Also, uns nicht wehtun. So, dann heilen wir uns. Pay 10. Strike 4. Äh, warte mal. So. Oh, es wird... Es wird eng. Wir brauchen Heilung, Leute. Wir brauchen ganz dringend Heilung. Oh, oh. Huh. Heilung. Puh, war das jetzt eng. Meine Güte. 42 XP haben wir gekriegt. Nice. Oh, das ist krass, oder? Aber... Ich finde es sehr interessant. Actra. Mass interrupt. Left click to activate only in a battle during your turn single use item. Left click only in a battle during your turn mass interrupt. Okay, ich habe keine Ahnung, was das macht. Ihr werdet wahrscheinlich mich jetzt anschreien. Oh, Armour plus 50. New card unlocked. Geil. Die könnte man sogar mitnehmen. Oh, hier haben wir wieder, ne? Siehst du? Äh. Auch 50%? Ja. Ich gehe weiterhin auf Angriff. Oh, by the way, cards and items have different Rarity levels. Ja, ist klar. The harder the battle, the bigger change to find something cool. Okay. Ja. Oh, hier, da gibt es ja noch richtig geile Sachen. Aber wir kommen da nicht hin, ne? Ich kann leider nicht zurück. Weil die Axt würde ich jetzt mal gerne hier lassen. Die Sache ist, wir verlieren es ja eh. Wenn wir sterben, verlieren wir die ganzen Sachen. So, was haben wir denn jetzt hier? Hier können wir das kaufen. Okay, das hole ich nicht. Hier komme ich nicht hin. Jetzt könnte man da hin. Aber die Sache ist, wir haben nur noch sieben Leben. Das heißt, wir werden wahrscheinlich gleich wieder sterben. Oh. Amor 10? Oh, nice. Was haben wir hier? Äh, Klapp. Äh, you do not restore any health in a rest area. Max HP plus 30 experience in a heart in a battle. Plus 200% can be removed from the pack. Hä? You do not restore any health in a rest area. So, jetzt müssen wir auch irgendwie... Armor plus 3. Cards amount in the battle. Reward plus 1. Gut. Jetzt habe ich erst einmal... Also, der hier gibt mir zum Schluss eine Karte mehr zum Aussuchen. Das habe ich jetzt erst einmal verstanden. So, was haben wir hier? Draw, 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 draw. Injured 10, strike 15. Alter. Das ist ja krass. Wieso kann ich mir die nicht... Ich will die Karte haben. Gib mir die Karte. Okay. Und jetzt kommen wir nur da hin. Nee, da will ich aber auch nicht hin. Wie sieht es denn aus? Scheiße, sieht es aus. Wir haben absolut keine Heilung. Ja, müssen wir jetzt da hingehen. Nützt ja nichts. Weil... So, 6 und 6. Ach du Scheiße. So, mach ich mal Leben und Armor. 30% Armor. All in. Kann ich jetzt leider gar nicht mehr machen. So, end turn. Das war es wahrscheinlich gleich schon, weil ihr seht es ja selber. Ja. 3 Leben. Und mehr kann ich schon wieder... Ist das nervig? Ehrlich, das ist ein bisschen nervig, dass ich nicht viel machen kann. Aber ich glaube, wenn wir irgendwann hoch genug im Level sind, dann... Ja. Nee, das schaffen wir nicht. Wir werden auch... Oh, warte mal, was haben wir... Oh, you lost. Ich bin schon tot. Gut, okay. Jetzt wollte ich nämlich gerade mal gucken, ob wir vielleicht noch irgendwas aktivieren können oder so. Good luck next time. Ja, herzlichen Glückwunsch. So, wie sieht es aus? Jetzt haben wir nämlich schon wieder gar nichts mehr. Wir haben einfach nichts mehr. Außer unsere XP. Wir haben kein Gold, keine Super-Dings-Karten. Nichts. Das heißt, wir müssen wirklich... ...und einfach hier durcharbeiten. So. Tja, das ist natürlich... ...sehr interessant eigentlich, ne? Wenn man das so sieht, ist das eigentlich sehr interessant. So, jetzt lassen wir uns mal hier ein bisschen Gold geben. Was, was ich gerne hätte, ist, äh, warte mal. Äh, dass wir, ähm... Ja, Mana-Dings kriegen, Mana-Karten. Das wäre halt sehr interessant, ne? So, jetzt haben wir nur noch den einen. Wir wollen erst mal hier. Dann brauchen wir das. Dann kriegt der eine drauf. So, dann nehmen wir das mal noch. Dann macht er uns nämlich nicht platt. Ah, das sind ja halt die ersten Kämpfe sind halt immer einfach, ne? Oh, das können wir jetzt hier noch irgendwie was. Ehrlich, aussehen Gold. Amor gibt ein XP. Shield? Naja. 2, 2, 1, 1 XP, 1 XP, 2 XP. Hier kriegen wir mehr XP. Und so, sehr schön. Jetzt ging es ja wirklich nur darum, dass man XP kriegen. Armour plus 3. Left-click to activate only in the battle during your turn single-use item. Oh, Fisch. Not fresh. Wie geil. Okay, nice. Also nicht frisch. Ah, ich sehe es schon wieder. Sie sind schon wieder bei 20 Minuten der Folge. Ah, Mensch. Das macht... Man suchtet sich doch schon sehr fest. Das muss ich ganz ehrlich sagen, ne? Also, man suchtet sich wirklich fest an dem Spiel. Und man möchte es ja einfach auch schaffen, jetzt einfach mal weiterzukommen, ne? So, jetzt nehmen wir den erstmal mit. Und ich würde sagen, damit ist die Folge zu Ende. Und... Na, dreimal darfst du raten? Richtig. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Lasst eine Bewertung da und schreibt gerne in die Kommentare, wie euch das Spiel gefällt. Und dann... Ja. Einen schönen Tag noch. Ciao, ciao. Ciao, ciao.